ja der leute nachher sie kommen in seiner anderen folge er braucht setzen und markus und wozu hier sind mit dem zum bietig sind kannst du nicht 9 das ist die ganze Zeit schon ja die Server sind halt wieder leicht überlastet also nicht verwirren lassen wenn hier irgendwas am Lager die lag lag ist ich würde sagen wir starten direkt durch naja wenn nicht mach mal Marcus allerdings fertig ja an dem sie will scheiß da bist du da bist du schenke ich dir Schöne Sache so eine schöne Sache obwohl ich weggekommen bin ja es hatte ich mitgeschoben ja wir haben uns beide schön eliminiert das war eine super Sache ich hab's ja gewundert dass ich lebendig bis in den Garten gekommen bin bei dem Kommando was davor stand oh Teleporter down scheiß Pisser das ist deine Drohne da deine die wo ich gerade zerstört habe ha nein nein ich hab kein Drohne dort schade aber jetzt hast du eine ach so schade ich bin eher dagegen ich bin eher dagegen Wissenschaftler im Nachkommen gewonnen ja ich bin eher du zusammen mit einem Erbsenagent Team ab oder was jetzt kommt der Erbsenagent von links hier auf akku macht sich die stadt der troller gut was er nicht von auch getötet das war es ja von gar nicht das war troller gut der mich gefüllt hat und es soll nicht ich dachte es nicht von mir geht bei dem man den schwarzen erzählt wir haben mir keine erzählen hat so gedacht du bist ein anständiger gegner ich habe dich nicht erwischt also hat mir gerade mal acht schaden gemacht das war jetzt auch nicht so die glanzleistung deinerseits ich habe hier nur drei schaden gegeben statt 5 da bist du ja ich habe nur eine schwarze vorlage das soll grünen aber wir sind schon wieder zu mir die steine werfen jetzt aus das wo der kurs zu geben er hat nicht so wie es das wird muss von dem volumen mit täglichen sprints töten zwei schnapper ohne ko zu gehen und leute wiederbeleben ok du bist alles da jetzt leichter der ist schon wieder der troller dude oh ich habe ihn getötet gefällt mir allein allein oder bist du weg geh weg konnte ich kann gar nichts treffen das war hier was zwei feuerkacktein hintereinander das ist ein bisschen auf die wollen wir nicht keine fähigkeiten haben ja ich glaube ich hatte nur noch ein schild oder so was solltelte einmal zum b stückte zu wenig ihr ein geiles Multitackling abgezogen und im Garten gewesen und sofort tot aber jetzt war im Garten wow, tot im Garten, ja und ich habe auch einen Kill gemacht, okay ich habe schon sechs Kills, hast du bestimmt nicht naja, du hast das vier, schau nein, ich bin nicht alles klar weiß ich ja Bescheid endlich hat dir das mal jemand erklärt ne was gut ist, du wirst noch mehr eine Loser ja sowieso, du machst null Kill macht echt ah man, das ist ja gar nicht deine Drohne gewesen, ich habe mir vorunter geschossen ich habe gar nicht gesehen, du schießt da hinten mit Feuernadeln, ich sehe dich doch, ich sehe dich doch na komm, zeig dich, zeig dich doch, zeig dich doch, zeig dich doch, ich bin voll offen, weiß, ne ich werde jetzt von fünf Richtern wie abgeschossen, du bist ja, ich habe jetzt schon mal wieder zwei Kills gemacht, aber jetzt schon wieder Lowlife hier richtig Lowlife jetzt muss ich was reißen oh fuck da drin steht ein MG aber das war so ein double kill immer wieder gerne habe ich schon vier kills und da kommt wieder toller diod alter dieser typ fack mich ab der ist cool der ist richtig krank mit seiner mit seiner agenten erbste geht der richtig ab alter ich habe wieder einen kommst du oder alter 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 wenn er schon wieder halb tot bevor ich aus dem tunnel rauskommen ich weiß auch nicht rauskommen aber da kommt so aus ja ich wollte dich täckeln alter aber du bist ein tag und wieder toller dude oder er springt von der zeit nein okay mich hat der andere noch geholt der dich wiederbelebt der jetzt gerüstet wird aber ich übernehme aber er wurde gleich verloren glaube ich habe das scheiß team das team mit ja scheiß team ihr werdet ja auch eins ich war das und ein toller diod oh man ich habe mein wichtig durch die wand geschossen was ist das für eine scheiße so kann ich ihn töten durch die wand ja ich schießen wichtig so gegen die wand vor mir um toller dude neben mir zu töten was passiert ja wichtig die wand durch und ich treffe ihn nicht und kommt auf der anderen seite raus und explodiert und trifft natürlich niemanden die wenn es die mehr erwarten und so mit zweiter gaben 5.000 Münzen was soll ich mehr machen so lehrt ist es gibt ohne ist 5000 Münzen zweiter gaben elf geht mehr ganz nicht machen haltet ja der Typ ist auch krank ohne Ende alter der Kanzel an ich würde sagen wir machen auf jeden Fall noch eine kleine Runde hinten dran war das war ja jetzt ein Witz von Meikon machen und nicht machen nein nein es ist hier keine Runde hinten dran wir machen keine Runde hinten dran das gönne ich euch nicht nach so einer Scheiße mehr leidig wird sagen das war es wieder heute gefällt ich kann zwar kein Glitz-Effektchen holen aber naja wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin und tschau Hellöö music 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 Bis zum nächsten Mal.